und herzlich willkommen wieder zurück wir sind jetzt erst mal ins wasser gefallen raus so und hoch ja egal so jetzt haben wir gerade die schlüsselkarte wieder gefunden 7 nein ich dachte warte hey wo ist die schlüsselkarte da hatte ich die nicht gerade wiedergefunden oh da ist eine bombe time bombe schnell weg damit so wenn die bombe weg geht also gesprengt genau wer fast wieder mit drauf gegangen ja irgendwie finde ich es merkwürdig der hatte ich habe gemeint vielleicht ist da kein schlüssel augenblick ich noch mal nacht sich gerät warm sich gerät ja da kann man die items sehen jetzt schön die augen aufhalten also ich muss die schlüssel legen die haben bestimmt irgendwo irgendwas irgendwann hat ich muss noch mal master anrufen gleich ich habe glaube ich nicht richtig aufgepasst ich meine ich hätte schlüssel der ist doch ins wasser gefallen ich sehe ihn jetzt hier nicht bestimmt bin ich so richtig blind im kopf wieder mal erika scheiß drauf so erstmal hier gucken was ich brauche von ja ich nehme die waffe jetzt erst mal die langt und erstmal master noch mal anrufen master miller ich habe nicht bis zu ende gelesen die rat hat die schlüssel wo ist die ratte da ist die ratte schlaf stirb verregt stirb doch oder schläft nur dann schmeiße ich ihnen eine granate in die fresse stirb bäm alle wow der überlebt eine granate in der entfernung stirb oh scheiß ratte so da ist nichts mehr übrig von der ratte ich weiß nicht wieso ich eine granate genommen habe aber das sah doch witzig aus wie eine ratte mit einer granate verreckt so ich habe die karte ok na wo ist sie da habe ich die art ist das ist doch wunderschön wunderschön jetzt gehen wir noch mal hoch müssen es aktivieren oh man das dauert ewig snake warum schleichst du vorhin da ist jemand wach geworden von seinen schläfchen ähm ja ist jemand da da kommt jemand runter da will uns jemand älter da das glaube ich das glaube ich jetzt nicht ich habe mich gedückt und mich hingelegt ey grad hier grad hier werde ich entdeckt ey das glaube ich jetzt nicht ich schlafe ein mädchen schlafe ein oh verdammte scheiße das macht mich so richtig akro jetzt oh der schläft ein oh ich schlafe ein schlafe ein schlafe ein schlafe ein schlafe ein schlafe ein ich will euch nicht töten weil ihr mir so dumm seid oh mein gott ey ich mache es ganz einfach wir schießen eine kugel in den kopf jetzt schieße ich ah endlich meine fresse ich stelle mich wieder dumm an ja sorry Leute ich weiß das macht man nicht aber verdammt wer hat mich jetzt wieder entdeckt da hat mich doch jemand entdeckt da ist der volle headshot verteilt yeah man bin ich cool ja ich bin cool los nein ich bin nicht cool ich hab voll den Alarm ausgelöst ich verdammt die wollen mich die wollen mich verarschen jetzt schlaft endlich wir oh fuck you jetzt werde ich sauer irgendwie ist ja auch bedenklich so erstmal hier rein wieder die kameras kaputt machen ich glaube das geht aber nicht doch das geht ich kann mich erinnern ach egal scheiß drauf hauptsache es geht so bevor hier giftgas ausdreht wenn man hier rein geht und die kameras nicht kaputt macht schließt sich die tür und man wird vergast die haben so viel im dritten reich gespielt hier früher ähm ja erstmal hier die card key ähm ja auch können erst mal anrufen glaube ich you found the card key right first comes the room temperature key put it into the far left terminal in the control room that key is actually an ic card its connector pins and main body are made of a shape memory alloy its design so that unless it's been changed to the correct shape it won't be recognized by the pal code input terminal in the control room and the detonation code won't be entered ja die normale temperatur haben wir jetzt erstmal die karte ausrüsten oh man und los pal code number one confirmed pal code number one confirmed awaiting pal code number two awaiting pal code number two that takes care of pal code number one now pal number two freeze the key ja ja wir müssen die karte einfrieren lassen wo könnte meine karte einfrieren lassen ja ich hab schon eine idee wo war es uns scheiß kalt ja bei raven da gehen wir zurück zu wolken raven wo man gegen ihn gekämpft haben in dieser kühlkammer da kann man die schlüssel karte einfrieren lassen und dann wo kann man die erwärmen ganz einfach da wo ganz viel lava war da macht man die wieder warm also ganz heiß besser gesagt und da muss man sich auch beeilen um zurück zu laufen sonst wird die wieder normal temperatur und das wollen wir ja nicht jetzt erstmal hier kalt machen die karte einfrieren lassen oh man und die sind schon wieder gewacht ey schlafei danke du verreckst glaube ich ah ne jetzt rückwärts runterfällst damit und weiter gehts ähm mir gefällts nicht mit meiner munition ich brauch M9 Munition hast du M9 Munition? ja hat er ja jetzt gefällts mir auch viel besser viel viel besser ich brauch erstmal was im Eider und ja das M9 und lassen wir mal die karte frieren schön kalt werden lassen und hier gibt's auch jetzt wachen das trifft sich total kacke woher wissen sie dass ich hier hin musste wachen ach egal kann ich erstmal schön da um die Ecke gucken ja geht schön da und schnapp wer ist das? was treibt der da? wer ist das? verreckt alter mein Gott das dauert etwas bis die karte kalt wird Die Anwendung des Untergrundswerhauses. Feast! Werkzeugunit, geh da! Mein Gott. Jetzt kommen Wachen. Mal gucken, was hier abgeht. Okay, den haben wir auch erledigt. Und schlaf einen. So, die haben wir jetzt auch erledigt. Und jetzt noch den da hinten. Ja, das war's. Okay, jetzt nur noch warten hier, bis die Karte blau wird. Ja, jetzt ist sie blau geworden. Und los! Schnell machen. Also wirklich, wir haben kaum Zeit. Das Gute ist hier, dass die noch schlafen. Aber das nächste Mal, wenn wir wiederkommen, sind sie wach. Wenn wir mit der Feuerkarte kommen, sag ich mal so. Wenn die Karte ganz aufgehitzt ist. Vom Lava. Wahaha. Erstmal weiter. Weiter. Schön weiter. Und los! Danke, dass du schläfst. Danke, dass du schläfst. Immer weiter. Okay, der schläft immer noch, aber nicht mehr lange. Deswegen nochmal draufschießen. Und weiter. Schnell, bevor die Karte wieder normal ist. Obwohl, ich habe lange Zeit. Ich weiß nicht, da gibt es eine Zeitbegrenzung bestimmt. Aber jetzt aus dem Kopf raus, kenne ich die Zeit nicht. Auf jeden Fall hier, wir haben es geschafft. Schnell, ich weiß nicht. Schnell, dass du schläfst. erwärme die schlüssel das wird gemacht meister so erstmal weiterlaufen schön weiter man das dauert hätten es mit dem laden und alles ruhig so weiter schnell ich glaube ich schieße die ich glaube das ist dann viel besser wenn die tot sind dann stehe kommen die wieder hier welche also nicht nie wieder aber ich hoffe es sagen wir mal so genick geschossen und den da auch noch mal in den kopf schießen und das war es keine gegner schön 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 ja los nick dahin und weiter geht ja jetzt sind wir wieder im ich erschieße am besten hier auch die gegner vielleicht kommen die dann nicht mehr wieder ich hoffe ich bin mir aber nicht mehr sicher ich glaube diesen wieder da jetzt würde ich erst mal sagen wir sehen uns im nächsten okay dann bis zum nächsten mal und tschüss